Hallo, willkommen zu meinem neuen Video und erstmal frohe Weihnachten. Und da Weihnachten war, habe ich natürlich was bekommen und zwar ist das Satana, Beto um deinen Tod mit Gianni Garko, Klaus Ginski und William Berger. Oder Berger, das heißt nicht, wenn ihr ausspricht. Ich kenne den Film noch nicht. Mir hat der Trailer aber ziemlich gut gefallen. Und ja, ich finde den Gianni Garko hier hinten, kann man ihn mal anschauen. Sie war jetzt nicht so gut hier. Ziemlich cool, ziemlich cooles Auftreten, erinnert schon irgendwie an Clint Eastwood ein bisschen. Ja, ich, den Film, den werde ich mir demnächst mal anschauen. Und da natürlich auch euch wieder sagen, wie ich den fand. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, wenn ihr bis dahin nicht sehen. Und tschüss.